Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Generation Zero. Ich befreue mich, ich befreue mich. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ich heute wird wie die Antenne versuchen auszuschalten und dann gucken wir mal, dass wir hier noch irgendwo einen extra Outpost kommen. Also hier das da zum Beispiel. Auf ihn da oder was schießt er? Auf ihn da. Sehr geil. Das ist noch was. Das ist scheiße, was geht hier? Guck mal, wie er hier noch umspringt. Ein Fliegetier. Gut. Ich weiß nicht. Ich darf ihn aus. Ich muss nicht. Wo ist das? Gut, ich wollte die auch hier. Was ist da? Ich weiß nicht, was ist das Fliegetier, oder? das was im boden war und die frage ist was ist gefährlicher oh da vorne ist noch einer da ne gut da sind wir noch kaputt gehen wir noch gucken wo das schönes ist ich würd sagen der ist da unten drunter ja der ist da unten drunter und 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 ok kreisen hier wo uns fliegen ist wahrscheinlich zur flugstation flugfeld ich will ihn alle hooten Du siehst mich nicht. Sehr gut. Sehr schön. Das waren doch 12, die er geschossen hat. Ich weiß nicht, ob ich mal wusste, was hier drin ist. Oha! Keine Wunder. Ich bin kaufbeigetreten. Ich weiß nicht, ob er unterirdischer Schützpunkt oder irgendwas... Das sind die Russen. Das sind die Russen! Das ist ja okay. Ich bin ja schon fort. Ich habe mich nicht mehr im Leben gerufen. Ich habe es genug. Ich habe ein Schiff, und ich habe ihn nicht mehr fliegt. Ich hab das mit Joshua und Saber mitgebe plastic裏. Oh du siehst. Scheiße Komm lass auf von mir Sie siehst mich nicht mehr Guck Guck Oh, man. Die Baller auf alles, was da oben kreucht und fleucht. Ach so scheiße, man. Warte, schau wieder auf mich. Ja. Ja, das ist nicht gut. Dann lass ab von mir. Ich bin nicht mehr da. Ich bin tot. Ich muss mich erledigen. Nicht bewegen. Ach, leck mich doch. Das macht überhaupt keinen Schaden. Das macht keinen Schaden bei den Dingen. Okay. Ähm. Da hin. Da hoch. Also wir fahren jetzt erstmal dahin. Und dann fahren wir dahin. So machen wir's. So. Wo müssen wir jetzt hin gehen? Einfach die Straße folgen. Okay. Gehen wir hin. Und dann. So. 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 Wenn du dich umgedreht hast, bin ich zu mir vorbeigefallen. Tag. Wo soll ich dich richtig fallen? Alter, was geht hier ab? Oh, was geht hier? Oh, was geht hier? Ist es gut, oder? Okay, mal rein. Hier ist die Kamera. Es ist immer noch strötting. Ich frage, ist das obendrauf oder ist das jetzt hier unten oben? Hm. Okay, da war nichts drin. Guck mal, hier drinnen. Hallo. Okay, hier ist mir doch nichts. Dann gehen wir wieder raus. Dann? Da sind aber welche. Die interessieren uns nicht. Das habe ich für uns. Haha. Das ist gerade immer wieder runtergerannt. Da. Na komm, wieder runter, komm. Na klar, Freund. Er wird's nicht. Bitte nicht. Dann fahren wir wieder. Tschüss. Ich weiß noch was. Ich weiß noch was. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Okay. Dann gehen wir erst zum Höschen. Und dann gucken wir mal, ob wir doch drinnen davon. Das ist richtig. Jetzt muss sie ja nix sein. Das muss sie ja nix sein. Verwärts nicht. Das war's. Sehr gut. Was liegt da? Mixtape. Guten Tag. Ich wollte mal nachfragen, wie es ihnen so geht hier, aber anscheinend ist wieder keiner da. Es ist scheiße. Ich bin ganz alleine. Die Frage ist, ob ich richtig im Haus? Das scheint mir nicht das richtig auszusein. Da ist ein Traktor. Ne, was ist das da drüben? Da ist auch eine gewischt. Denn schnell, schnell! Ups. Darf ich jetzt bei den Tieren pennen? Tieren pingen. Tieren pingen. Tieren pingen. Irgendwo da vorne wird es schon wieder rum so sein, glaube ich. Irgendwo da vorne wird es schon wieder rum geballert. Guck mal, gugubal. Guck mal. gut dann würde ich sagen das was wir heute bauen das war uns dieses entscheidende russische Grundrolle meine ich gut ich bedanke mich für das zusehen komitell abonniert ich weiß nicht warum aber ich bin schon wieder scheißen müde ah ist zum kotzen das machen wir nochmal ok das war's dann für heute ich bedanke mich für's zusehen ein liken, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten mal euer Gonrock bye bye